Ja, in diesem Video gibt es ein detailliertes Review zum Content Marketing Tool von SE Ranking. Das Herzstück davon ist der Content Editor und das ist eben ein Content SEO Tool, sehr ähnlich wie Surfer SEO. Surfer SEO ist ja eines der bekanntesten Content SEO Tools, aber mit dem Content Editor bzw. dem Content Marketing Modul von SE Ranking bekommt man da eine extrem gute Alternative, die noch dazu deutlich preisgünstiger ist. Alle Details dazu inklusive Einblicke in das Tool zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, die All-in-One SEO Software SE Ranking habe ich ja schon öfter vorgestellt. Sei es jetzt hier auf meinem YouTube Kanal, aber auch auf meinem Blog, da habe ich einen detaillierten Testbericht gemacht inklusive Testvideo, wo ich eben auf die Funktionen, auf die Vorteile von SE Ranking eingehe. Mit dem Tool SE Ranking bekommst du wirklich alles, was du im Bereich SEO benötigst, angefangen natürlich von so Grundmodulen wie Keyword Recherche, aber auch Konkurrenzanalyse, die extrem gut ist bei SE Ranking, Backlink Analyse, SEO Audit und vieles, vieles mehr. Ein relativ neues Modul ist eben das Content Marketing Tool mit dem Content Editor als Herzstück. Ich werde dir das Modul gleich live zeigen, aber erstmals gleich eine Einführung, eine Einleitung, was das eigentlich im Detail ist und wofür man das eben benötigt. Und ich möchte da auch gar nicht zu lange ausholen, aber grundsätzlich ist es so, wenn du Content erstellen möchtest, der dann auch gute und nachhaltige Rankings in den Google Serbs erreichen soll, dann hilft nur eines und zwar, dass du Content erstellst, der besser ist als der der rankenden Konkurrenz. Denn wenn du einen Content erstellst zu einem Keyword, der nicht so gut ist wie alles, was bereits in den Google Serbs rankt, dann gibt es für Google ja keinen logischen Grund, deinen Content irgendwo in der Top 10 oder in der Top 5 zu einem Keyword einzureihen. Das würde ja keinen Sinn machen. Warum sollte Google dich dort ranken, wenn es bereits bestehenden, besseren Content gibt? Das heißt, immer wenn du Content produzierst zu einem Keyword, zu einem Fokus-Keyword, zu einem Haupt-Keyword, dann ist es wichtig, dass dieser produzierte Content die Suchintention perfekt trifft und im besten Fall eben die Thematik besser und ganzheitlicher abdeckt, als es in der rankenden Konkurrenz, in der Top 10 der Fall ist. Und genau dort kommen Content-SEO-Tools ins Spiel. Also Surfer-SEO kennt man ja, das ist ja dieses bekannte Tool und eben hier diese extrem gute Alternative, das Content-Marketing-Tool von SE-Ranking. Und da eben SE-Ranking sowieso mein hauptgenutztes und Lieblings-All-in-One-SEO-Tool ist, freut es mich natürlich, dass sie dieses Modul ebenfalls hinzugefügt haben. Und dabei ist es noch deutlich preisgünstiger als, wie gesagt, Surfer-SEO, aber aufs Pricing gehe ich gegen das Ende des Videos nochmal im Detail ein. Okay, an der Stelle nur kurz der Hinweis, falls du diesen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Denn hier gibt es immer wieder Tipps und Tricks und Tutorials rund um die Themen Suchmaschinenoptimierung, künstliche Intelligenz, Traffic-Aufbau, Blogging und WordPress. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Zurück aber zum Thema. Also ich möchte dir jetzt mal ganz vereinfacht sagen, wie ein Content-SEO-Tool, beziehungsweise in diesem Fall ganz konkret der Content-Editor von SE-Ranking funktioniert. Das funktioniert so, dass du ein Fokus-Keyword eingibst, zu dem du einen Content erstellen möchtest. Was dann der Content-Editor macht oder was das Modul dann macht, ist, dass es die Rankende Konkurrenz analysiert. Aber nicht nur diese Basismetriken, die man schon kennt mit Domain-Authority oder Page-Authority. Nein, viel genialer, was dieses Tool macht, ist, dass es die Inhalte der Rankenden-Konkurrenz analysiert. Also wirklich die Inhalte und dann auch rausfiltert, welche Begriffe und Longtail-Keywords etc. in den konkurrierenden Beiträgen, die zu diesem Keyword-Ranken in den Google Serbs gehäuft vorkommen. Man spricht dann auch oft von NLP-Keywords, also Natural Language Processing, die auf natürliche Art und Weise eben gehäuft vorkommen. Und natürlich werden auch weitere Metriken analysiert, zum Beispiel die Länge der Inhalte der Konkurrenz, ja, auch wie viele Zwischenüberschriften verwendet werden, wie ist das Outline und so weiter. Und du schreibst dann deinen Inhalt im Content-Editor und bekommst dann einen Score, wo du siehst, wie gut dein Inhalt optimiert ist im Vergleich zur Rankenden-Konkurrenz. Deckst du einen Großteil dieser Phrasen, dieser NLP-Keywords, dieser Longtail-Keywords auch in deinem Content-Up, den eben die Konkurrenz ebenfalls in ihren Content abdeckt, nutzt du eine ähnliche Anzahl an Zwischenüberschriften, trifft die Länge deines Contents in etwa der Länge der Top-Rankenden-Konkurrenz. Das alles sind Dinge, die dich ansonsten ja sehr, sehr viel Zeit kosten würde, wenn du das alles manuell recherchieren müsstest. Stell dir mal vor, wie viel Zeit diese Recherchearbeit kostet. Und ja, bevor es diese Tools gab, machte man das wirklich noch manuell, dass man wirklich die Konkurrenz analysierte und schaute, was haben die alles drin, was sind die Zwischenüberschriften, wie lang ist der Content. Und jetzt hast du eben ein Tool wie der Content-Editor von SE Ranking, ein Tool, das dir das alles automatisiert, diese ganze Recherchearbeit abnimmt. Und wenn du deinen Content dann schreibst im Editor, siehst du dann gleich, wie gut dein Content optimiert ist im Vergleich zur rankenden Konkurrenz. An der Stelle möchte ich gleich nochmal auf das Einsatzgebiet eingehen, denn ich habe jetzt hauptsächlich davon gesprochen, dass du eben den Content-Editor nutzen kannst, quasi um selbst optimierte Inhalte, optimierte Blogbeiträge zum Beispiel zu erstellen. Aber das Einsatzgebiet ist ja noch viel breiter aufgestellt. Du kannst dieses Modul auch extrem gut nutzen, um zum Beispiel Content-Briefings zu erstellen. Also wenn du mit externen oder auch internen Texten zusammenarbeitest, du allerdings das Briefing erstellst nach SEO-Gesichtspunkten, dann hilft dir dieses Content-Modul bzw. der Content-Editor massiv dabei, extrem viel Zeit einzusparen. Du kannst diese Briefings jetzt innerhalb kürzester Zeit erstellen, da du dir ja die manuelle Recherche wirklich sparen kannst bzw. das Tool, das für dich übernimmt. Zusätzlich kannst du es auch zu einer eben Qualitätsprüfung der Inhalte nutzen. Das heißt, wenn du eben ja Content bekommst, der zum Beispiel von externen oder anderen Textern eben generiert wurde, kannst du den Content-Editor nutzen, um die Qualität der Inhalte zu überprüfen. Und richtig genial, es ist auch ein Modul integriert zur Ideenfindung. Das heißt, welche Inhalte könntest du zu einem Thema abdecken? Das ist ganz, ganz relevant, weil ja Themenrelevanz ebenfalls ein wichtiger Ranking-Faktor ist. Das heißt, es bringt dir jetzt vielleicht noch gar nicht so viel, wenn du wirklich einen optimierten Beitrag zu einem Thema auf deiner Webseite veröffentlichst, sondern noch mehr Power kommt da rein und noch mehr Potenzial für gute Rankings, wenn du wirklich ein Themencluster abdeckst. Das heißt, wenn du zu einem übergeordneten Thema wirklich einen Großteil der Themen in Form von einzelnen Blogbeiträgen abdeckst und diese Themen dann natürlich auch sehr gut intern verlinkst, denn dann bist du aus Googles Sicht auch themenrelevant und genau das ist ebenfalls in dem Modul integriert. Ich zeige dir das jetzt auch gleich live. Ich bin jetzt eingeloggt in meinen SE-Ranking-Account und wir bleiben jetzt gleich beim Themencluster, was ich eben angesprochen habe. Ich bin jetzt hier im Modul Content-Marketing und eben konkret eben beim Content-Idea-Finder und da kann ich jetzt sagen, eine neue Idee finden. Ich wähle Deutschland und Region lasse ich weg, denn es soll jetzt keine, ja, ich möchte hier kein lokales Keyword abdecken sozusagen, sondern im deutschsprachigen Raum in Google.de damit ranken, bestmöglich ranken. Und als Idee gebe ich jetzt mal ein Fitness. Ich klicke auf Ideen finden, das dauert dann ein bisschen. Nach ein paar Sekunden ist das fertig und das ist tatsächlich eines der genialsten Module, die ich überhaupt jemals gesehen habe zur Erstellung von Themencluster. Ich habe jetzt Fitness als Überthema eingegeben und was SE-Ranking da macht, ich mache es mal ein bisschen größer, ist, dass er mir eben hier Cluster-Ideen ausgibt, inklusive Suchvolumen des gesamten Clusters. Hier noch die Keyword-Schwierigkeit. Aber das Geniale ist, wenn ich so ein Cluster aufmache und ich sortiere das jetzt mal nach Suchvolumen, zum Beispiel hier das Cluster Fitnessgeräte. Das wird sich ja schon mal super eignen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, wenn ich Affiliate-Blogger wäre, also Fitness-Affiliate-Blogger, dass ich da eben viel über Fitnessgeräte berichte und dann kann ich da ja meine Affiliate-Links reinpacken und so weiter. Das komplette Cluster hat ein Suchvolumen von über 100.000, hier 103.000 und hier gibt es eben 10 Cluster-Ideen, wie gesagt eben Fitnessgeräte, Sportgeräte, Geräte-Fitnessstudio, Fitnessgeräte kaufen, Trainingsgeräte für zu Hause, Fitness-Zubehör, Outdoor-Fitnessgeräte, Fitness-Store, Fitness-Equipment. Also das ist richtig, richtig gut. Ich würde da sogar noch ein bisschen nischiger werden. Ich nehme jetzt mal Trainingsgeräte für zu Hause und gebe das nochmal ein und bekomme dann wieder meine Cluster. Das ist unglaublich gut, zum Beispiel Home-Gym, Home-Gym-Geräte, Gym-Equipment, Ausstattung, Fitnessstudio, Home-Gym-Einrichten, Training im Home-Gym und ich könnte mir dann auch umstellen auf eine Mind-Map-Ansicht. Wenn man da drüber haubert, kriegt man eben mehr Informationen, zum Beispiel kleine Sportgeräte für zu Hause. Wenn ich da draufklicke, bekomme ich da eben wieder Cluster-Ideen und so weiter. Und ich würde sagen, um den Content-Editor zu demonstrieren, nehme ich gleich dieses Thema, kleine Fitnessgeräte für zu Hause und ich wechsle in das Modul Content-Editor, klicke eben hier auf neuen Beitrag, dann eben Land Deutschland, Suchmaschine Google. Ich füge ein Keyword hinzu. Man kann bis zu fünf Keywords hinzufügen. Ich halte es für mich aber immer so, und ich habe da eben schon, ja, seit mittlerweile, jetzt seit sehr langer Zeit, nutze ich eben Content-SEO-Tools. Ganz früher habe ich eben Surfer SEO genutzt. Jetzt arbeite ich aber auch sehr gerne eben mit dem SE-Ranking-Content-Editor. Und ich halte es für mich so, dass ich tatsächlich nur mein Fokus-Keyword eingebe und keine weiteren Keywords. Man hätte jetzt sogar noch die Möglichkeit, dass man hier spezifisch die URLs von Mitbewerbern angibt. Mache ich in dem Fall aber nicht. Ich klicke einfach hier unten auf Artikel erstellen und dann dauert diese Analyse ein bisschen, aber nicht allzu lange. Ich kann das Video jetzt ja auch mal umgeschnitten lassen an der Stelle, dass man sieht, wie lange das dauert. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt manuell diese Analyse machen und was jetzt eben der Content-Editor macht, man sieht es auch hier, eben die NLP-Begriffe und so weiter. Er analysiert jetzt eben die Top-Ranking der Konkurrenz. Und da haben wir es schon. Und das ist auch mega genial. Also das finde ich so extrem gut. Und zwar, das ist jetzt nämlich ein, ich bezeichne das immer als kritischen Schritt. Das heißt, wir haben hier die Google Serbs, die aktuelle, hier die Top 10. Und da sind jetzt einige Ergebnisse angewählt und manche ausgewählt. Zum Beispiel hier das erste Suchergebnis ist von Amazon und dass das abgewählt ist, ist korrekt. Denn es ist so, das ist ein kritischer Punkt deswegen, denn alles, was du hier anwählst, auf das bezieht sich sozusagen die Analyse der NLP-Keywords, der Inhalte und so weiter. Und du solltest bei diesem Schritt immer genau die Inhalte abwählen, die das gleiche, ich sage immer Content-Format haben, das du selber bieten kannst. Das heißt, wenn du selber einen Blog-Beitrag schreiben möchtest, wie hier jetzt konkret quasi zu dem Fall oder zu dem Thema die besten Fitnessgeräte oder für zu Hause oder kleine Fitnessgeräte für zu Hause, was wir eben ausgewählt haben, dann solltest du andere Content-Formate auswählen, die deinem Content-Format entsprechen. Das heißt eben andere Blog-Posts, aber eben nicht andere Online-Shops. Denn du hast ja selber jetzt sozusagen keinen Online-Shop, also zumindest in diesem Beispiel, ich möchte einen Blog-Beitrag schreiben. Deswegen sollte man eben vor allem ja Blog-Beiträge, Beiträge von Online-Magazinen etc. auswählen und darauf die Analyse beziehen. Und das wird von SE Ranking schon vorausgewählt und richtig, richtig gut sogar. Also zum Beispiel, dass Amazon abgewählt ist, das ist großartig. Das hätte ich ansonsten auch manuell abgewählt. Man könnte hier noch schauen, ob man das jetzt eben anwählen oder abwählen sollte. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum SE Ranking das nicht angewählt hat. Dann hier zum Beispiel Otto, das ist automatisch abgewählt. Das ist auch korrekt. Hier auch Fitness-Kleingeräte online kaufen. Das heißt, das, was schon eben so Shops sind und so weiter, wurde automatisch schon abgewählt. Ansonsten kannst du das auch manuell überprüfen. Wenn du da draufklickst, dann wird sich die URL eben öffnen. Und dann kannst du sehen, ob du die jetzt mit einbeziehen solltest oder eben nicht. Ja, und wenn du diese Auswahl getroffen hast, dann kannst du eben weitergehen. Die inhaltlichen Parameter, also zum Beispiel eben die Länge, da sieht man eben so die durchschnittliche Länge, wie viele Zwischenüberschriften werden durchschnittlich genutzt, dann auch noch Absätze, wie viele Bilder werden eingebaut und so weiter. Dann eben hier ein ganz wesentlicher Punkt, die ganzen Begriffe, die im konkurrierenden Content vorkommen, könnte man jetzt noch weiterschalten. Fragen werden auch noch eingebaut. In dem Fall haben wir jetzt nur mal eine Frage, wie viel Platz brauchst du. Und dann hast du hier eben die Inhaltsstruktur. Da kannst du dir jetzt eben das Outline erstellen und du kannst dich da gleich inspirieren lassen am Outline der rankenden Konkurrenz, also am Outline von den Inhalten, die du ausgewählt hast. Das heißt, wenn du da draufklickst, dann siehst du gleich das Outline zum Beispiel von diesen Konkurrenten. Wenn du da draufklickst, siehst du hier das Outline von diesen Konkurrenten. Also die Klassiker, dann Trainingsmatte, Springseil, Handeln, Bauchroller, Trainingsbänder und so weiter. Mit einem Plus könntest du dann hier dein Outline zusammenstellen. Ich würde das dann natürlich ein bisschen umschreiben, dass du keinen Duplicate-Content hast, aber so kannst du ja schon mal vorgehen und die Struktur deines Contents erstellen, ohne dass du dich da durch die Seiten klicken musst, denn du hast es hier auf einen Blick. Das ist etwas, was ich richtig, richtig gut finde. Und mit einem Klick auf das jeweilige Plus-Symbol kannst du es eben schon direkt in den Editor einfügen. Zum Editor kommen wir gleich. Ich mache das jetzt nicht strategisch, sondern einfach nur zur Demonstration. Ich klicke da einfach ein paar Dinge an, nur damit man eben sieht, ich schreibe ja diesen Beitrag jetzt nicht echt, ich mache das nur als Demonstration für das Video. Ich klicke da einfach ein paar Dinge an. Liegestützgriffe habe ich auch hier im Büro. Sehr zu empfehlen. Hier noch Kettlebell und so weiter. Dann könnte man noch Notizen und so weiter einfügen. Das wäre vor allem dann, wenn du jetzt quasi ein Briefing erstellst für jemand anderen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt direkt zum Content Editor. Also wir klicken zum Content Editor gehen und so sieht das dann aus. Ich hätte jetzt am Anfang zwei Möglichkeiten. Ich hätte hier jetzt mal die Option Struktur einfügen. Dann würde er mir das einfügen, was ich vorausgewählt habe. Also zum Beispiel beim Outline und so weiter. Oder wie gesagt, ich habe mir da mit dem Plus-Symbol vorhin gerade ja ein paar Überschriften zu meinem Outline hinzugefügt. Ich hätte aber auch noch manuell was eintippen können, hätte mir so mein Outline erstellen können. Das habe ich jetzt für das Video nur demonstrativ gemacht. Aber wenn ich natürlich wirklich einen Content erstellen möchte, dann erstelle ich vorab mal ein gutes Outline. Ich könnte jetzt auf Einfügen klicken, dann wäre das eingefügt. Aber es ist auch ein KI-Textgenerator, ein KI-Tool integriert. Und ich könnte jetzt auch einfach sagen, einen Entwurf generieren. Und ich klicke auf Beginnen. Da kann ich dann eben sagen, ja eben das wäre eben das Keyword. Könnt ihr noch eine Schreibweise auswählen, dann Thema generieren. Und dann geht da so ein Prozess durch, wie man das auch von manchen anderen KI-Textgeneratoren kennt, die eben auch einen Longform-Editor eingebaut haben. Ganz viel zu KI-Textgeneratoren gibt es auch auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Habe ich da eben auch schon einige Videos dazu veröffentlicht. Also Kanal abonnieren, falls du es auch nicht abonniert hast. Und dann eben, wir sind jetzt bei der H1. Ich könnte da jetzt eine H1 nehmen. Ich gehe das jetzt ein bisschen zur Demonstration einfach schneller durch. Jetzt hätte mir die KI hier schon mal ein Outline generiert. Ich könnte da draufklicken. Dann wäre das eingefügt. Und dann kann ich sagen, einen Entwurf vorbereiten. Dann würde man das eben einfügen. Normalerweise nutze ich eben dafür nicht die KI. Wie gesagt, ich erstelle mir mein Outline, indem ich mir das tatsächlich von der Konkurrenz zusammenklicke. Dann ein wenig umschreibe und noch ein paar eigene Ideen einfüge. Aber da ich eben alles demonstrieren wollte, genau, haben wir das mal so. Also jetzt wäre hier mal schon eine H1-Überschrift. Das hätte die KI generiert. Eine Einleitung. Hier die H2-Überschriften mit weiteren Unterüberschriften. Und man könnte sich das dann auch durch die KI, KI-Writer eben auch noch eben umschreiben lassen. Und so weiter. Aber das Tool und die Programmoberfläche, die ist einfach noch genialer. Und das gefällt mir so gut am Content Editor. Denn das, was ich bis jetzt gezeigt habe, ist erst die Spitze des Eisbergs. Du kannst noch viel, viel mehr machen. Du könntest auch sagen, Kontext aus einer URL extrahieren. Das heißt, du könntest dir das Top-Ergebnis, das du ausgewählt hast, auch hier einfach eingeben. Und dann könntest du dir den Inhalt da schon mal einfügen lassen. Dann könntest du das KI-Tool umschreiben nutzen. Also wenn du da jetzt etwas markierst, dann kannst du auf umschreiben klicken. Und die KI schreibt es dir dann automatisch um. Ich würde jetzt natürlich nicht so vorgehen, dass du dir einfach nur einen kompletten Content zu 100% irgendwie kopierst und das du nur umschreiben lässt. Aber natürlich könnte man seinen Workflow beschleunigen, wenn man von den Top-3-Ergebnissen ein paar Teile teilweise rausnimmt, sich das umschreiben lässt. Vor allem dann, wenn du mal eine Schreibblockade hast oder wenn du gerade zu einem Bereich des Themas mal weniger Wissen hast, dann kann man das so schon nutzen. Denn du würdest dir ansonsten, wenn es diese Tools nicht gäbe, ja auch ähnlich vorgehen. Du würdest dir das Wissen aneignen und dann würdest du es in eigenen Worten schreiben. Und im Grunde ist das durch die KI einfach nur ein beschleunigter Prozess. Das heißt, du fügst dir das dann ein, lässt es dann umschreiben, wenn du eine Schreibblockade hast und so weiter. Also das könnte man machen und man kann sich dann auch immer mehr generieren lassen und so weiter. Also so kann man da eben vorgehen. Und so kannst du eben dann deinen Content Schritt für Schritt erstellen. Kannst dir da auch seitlich die Inhaltsstruktur anzeigen lassen. Das kennt man auch so ein bisschen von Surfer SEO. Also man sieht, es ist sehr an Surfer SEO angelehnt, aber tatsächlich auch verbessert. Also ich mag es lieber als Surfer SEO. Und Surfer SEO habe ich früher eben länger genutzt oder für einen längeren Zeitraum genutzt. Und ich muss sagen, mir gefällt dieser Content Editor von SE Ranking da wirklich besser. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu dieser Ampel. Wir waren jetzt immer in dem Modul KI Writer und man sieht, man kann hier eben umschalten. Ich mache das vielleicht jetzt mal ein bisschen größer. Wir gehen jetzt mal auf Optimierung. Und bei Optimierung sehen wir jetzt eben diese Ampel. Wir haben hier einen Content Score derzeit von 25. Das liegt daran, dass wir hier, das sind eben diese NLP Keywords, diese Phrasen und so weiter, dass wir von denen eben noch nicht sehr viele hier im Content eingebaut haben. Wenn wir unseren Content ausformulieren werden und machen, dann werden wir automatisch mehr von diesen Wörtern, NLP Keywords und Phrasen sozusagen abdecken. Und dann, wenn wir mit unserem ersten Entwurf fertig sind, können wir sagen, okay, welche Begriffe kommen oft vor in der Konkurrenz, haben wir aber noch nicht eingebaut. Wie können wir unseren Content weiter verbessern? Und dann sehen wir auch, dieser Score eben rauf geht. Und wenn du dich jetzt fragst, welchen Score möchtest du denn überhaupt erreichen? Also es ist ein Score von 1 bis 100. 100 wäre natürlich ideal. Aber der durchschnittliche Wert liegt bei 61. Und der beste Wert in der Google Top 10 liegt bei 83. Das heißt, man sollte in der Regel versuchen, den besten Wert zu übertreffen. Das heißt, dass wir über 83 kommen. Also ein Score, wenn wir hier einen Score von 85 bis 90 erreichen, dann sind wir wirklich gut dabei. Man könnte dann auch umstellen hier auf Qualität. Das bezieht sich vor allem eben auf Grammatik, Readability und so weiter. Bekommen wir da eben ja weitere Metriken. Wir sollten da einfach auch eine leichte Lesbarkeit sicherstellen. Ja, und dann haben wir hier noch eine Übersicht. Da kann man sich eben die Inhaltsstruktur, so wie sie hier in unserem Content ist, auch nochmal die Struktur anzeigen lassen. Das wäre jetzt zum Beispiel diese Struktur, die wir vorhin die wir vorausgewählt haben. Ich könnte das eben mit dem Plus dann direkt einfügen lassen oder man kann sich hier dann auch noch ein Beispiel von einem Mitbewerber anzeigen lassen. Und wenn ich da jetzt nochmal zurückspringe zur Optimierung, wenn ich jetzt zum Beispiel die Inhalte, die mir die KI generiert hat, löschen würde, dann wird man sehen, wie der Score jetzt runter geht. Jetzt haben wir nur noch eben drei Punkte und wenn ich auf die Übersicht gehe, dann Inhaltsstruktur und ich würde das jetzt alles mit einem Plus jeweils einfügen, also hier Plus, 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 Liegestützgriffe und dann noch diese H2 und dann noch diese H3, dann würde unser Score, wenn wir da zurückgehen, wieder hochgehen, was logisch ist, weil das ja auch Überschriften waren, die wir quasi kopiert haben von den Mitbewerbern. Wie gesagt, ich würde das schon auch umschreiben und so weiter, aber das würde halt einfach, wir haben deswegen jetzt einen Score von 25, weil wir eben eine Struktur verwenden, die angelehnt ist an der Top-Konkurrenz und so weiter, aber natürlich reicht ja 25 noch nicht und wie gesagt, an der Stelle möchte ich auch erwähnen, das ist mir ganz wichtig, auch aus Seriositätsgründen, es ist trotzdem noch ein Tool, also selber denken muss man dann doch noch ein bisschen, man könnte auch dieses Tool austricksen, dass man gute Scores bekommt, ich könnte jetzt einfach mir einen Fülltext irgendwie hier reinkopieren, um die Länge zu erreichen, dann könnte ich mir die ganzen Begriffe hier reinkopieren und dann auch noch das ganze Outline kopieren, dann hätte ich auch einen super Score, aber würde damit wahrscheinlich nicht ranken, das heißt, du musst schon versuchen, einen guten Content zu erstellen, aber hast eben diesen Content Editor mit dieser Ampel als Hilfsmittel, mit vielen anderen Hilfsmitteln, mit diesen KI Writer und so weiter, dass es dir eben einfacher macht, in viel kürzerer Zeit einen viel besseren Inhalt zu erstellen. Außerdem kann man dann auch noch umstellen auf Metadaten, da kannst du eben einen Metatitel und eine Metadescription eingeben, bekommst hier auch wieder die Vorschläge von der Konkurrenz, also hier Metatitel, Metabeschreibung von der Konkurrenz und wenn ich die dann schon mal eingehe, dann dürfte der Score auch wieder raufgehen, also ich sage jetzt einfach mal, ja, kleine Fitnessgeräte für zu Hause, für 2023, schreibe ich auch die Klassiker vom Heimtrainer bis zu den Liegestützgriffen, hier findest du eine Liste mit den besten kleinen Fitnessgeräten für zu Hause, dann hätten wir die Metadaten auch eingegeben, natürlich musst du die dann halt, wenn du den Beitrag veröffentlichst in WordPress zum Beispiel oder in deinem CMS-System, dann musst du das natürlich auch extra noch eingeben, man verwendet ja in der Regel entweder ein SEO-Plugin so wie Yoast oder vor allem RankMath, RankMath ist auch ein super SEO-Plugin für WordPress, in meinen Augen das Beste, ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir auch gerne in der Videobeschreibung und natürlich den Content Editor verlinke ich dir ebenfalls in der Videobeschreibung. Eine Sache, die auch ziemlich cool ist, die ich noch zeigen möchte, ist, man kann, wenn man hier auf mehr klickt, dann noch unterstreichen die verwendeten Begriffe und dann sieht man auch gleich, ob man es von der Häufigkeit optimal verwendet hat oder ob man es vielleicht ja zu wenig oft oder zu oft eingebaut hat und so weiter, also da kann man sich das auch anzeigen lassen. Ja und wenn du dich hier im Content Editor befindest, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dann könntest du auch jederzeit nochmal die Grundeinstellungen verändern, also hier zum Beispiel bei Auftragseinstellungen könntest du sagen, okay, ich möchte doch dieses Ergebnis hinzunehmen oder ich möchte doch dieses Ergebnis nicht in die Analyse mit einbeziehen, also das kannst du immer machen und dann hier auf den Zurück-Button bist du wieder hier im Content Editor. Ja, das ist mal die grundsätzliche Funktionsweise, extrem gut, spart dir extrem viel Recherchezeit und einfach, ja, wenn du Content Producer bist, Blogger bist, wenn du Traffic aufbauen möchtest, dann würde ich dir in jedem Fall ein Content SEO Tool empfehlen und der Content Editor von SE Ranking ist wirklich gut und auch vor allem relativ preiswert und das ist ein gutes Stichwort, denn das bringt uns jetzt noch zum Pricing und zu einem kleinen Vergleich des Platzhirschen Surfer SEO, zumindest was das Pricing betrifft. Du kannst den Content Editor kostenlos testen, ich verlinke dir das eben den kostenlosen Test eben unter dem Video, ansonsten ist es so, dass der Content Editor ein aufpreispflichtiges Modul von SE Ranking ist und die Preise sehen wie folgt aus, also wir bekommen hier, wir können 15 Beiträge pro Monat verfassen zu einem Preis von 29 Euro, das ist tatsächlich preiswert, denn wenn du jetzt überlegst, wie viel Zeit dir das spart, wenn du jetzt 15 Beiträge erstellen müsstest, wie viel Zeit du benötigen würdest, um hier wirklich eine manuelle Recherche für 15 Beiträge zu machen, dann steht das in gar keinem Verhältnis, also das ist wirklich, wirklich preiswert und für den AI Writer, also für den KI Text Generator kannst du bis zu 10.000 Wörter da pro Monat eben generieren. Wir vergleichen kurz das Pricing mit Surfer SEO, da bekommst du für 50 Dollar pro Monat 120 Artikel nicht pro Monat, sondern pro Jahr, das ist so ein bisschen ein Marketing Trick, damit es nach einer höheren Anzahl aussieht, aber in Fakt heißt das, bei Surfer SEO bekommst du für 50 Dollar 10 Beiträge, die du erstellen kannst pro Monat, hier für 29 Euro 15 Beiträge, es ist also deutlich günstiger und ein AI Writer ist bei Surfer SEO gar nicht mal integriert, also hier mal nur zum Preisvergleich und dann gibt es eben noch die Pakete für 30 Beiträge und für 120 Beiträge, 120 Beiträge pro Monat, also das ist schon echt ordentlich, wenn du eine Textagentur hast, dann lohnt sich dieses Paket, aber ich denke die meisten, die meisten sind wahrscheinlich mit diesen 15 Beiträgen pro Monat gut dabei und genau das ist ein Punkt, den wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon erwähnen, hatte ich vorhin aber vergessen, es gibt auch ein Google Docs Add-On, das heißt, du kannst diesen Content Editor, du kannst dieses Modul direkt auch in Google Docs verwenden, über die Browser Extension, das heißt, du musst deinen Content nicht in SE Ranking schreiben, du kannst ihn auch in Google Docs schreiben und über das Add-On dann einfach direkt in Google Docs deinen Content optimieren, also auch eine großartige Sache, wenn wir an dem Punkt nochmal kurz auf das Pricing allgemein von SE Ranking zu sprechen kommen, das ist nämlich auch genial und das ist einfach auch, warum ich SE Ranking auch so gerne empfehle und warum ich es so promote auf diesem Kanal und warum ich es auch selber nutze, also bei mir ist jetzt der Preis nicht der ausschlaggebende Faktor, bei mir ist immer die Qualität des Tools ein ausschlaggebender Faktor, aber ich finde es natürlich großartig, wenn du ein richtig gutes, geniales Tool bekommst, dann noch dazu zu einem extrem guten Preis, also ein extrem gutes Preis- Leistungsverhältnis und das ist bei SE Ranking der Fall und zwar das Essential Paket bekommt man tatsächlich schon für gut 30 Euro pro Monat und das beinhaltet wirklich alles, was du dir von einem SEO-Tool erwartest, also mit SEO-Audit, mit Keyword-Recherche, mit Keyword-Tracking, Backlink-Analyse und vieles, vieles mehr, also wirklich alles, was du benötigst für deine eigenen Projekte, aber auch, wenn du SEO für Kundenprojekte umsetzt und das dann eben schon ab 30 Euro, vor allem die Konkurrenzanalyse, die ist so genial, das ist das Modul, das ich am häufigsten nutze, wenn du das dann noch kombinierst mit dem Content-SEO-Tool um 29 Euro pro Monat, dann bist du bei 60 Euro pro Monat komplett abgedeckt, was den kompletten SEO-Bereich betrifft. Nur damit man einen wirklich guten Vergleich hat, das extrem bekannte SEO-Tool Systrix, weil es ein deutsches Tool ist, das startet bei 99 Euro und die haben auch so ein Content-Modul, also Tools für Content-Marketing und Textoptimierung und das bekommst du um 199 Euro, während du bei SE-Ranking wirklich das Content-SEO-Tool plus das All-in-One-SEO-Tool quasi ab 60 Euro pro Monat nutzen kannst. Das ist mehr als dreimal günstiger und du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest und kannst es mit anderen Tools vergleichen, aber du wirst ein besseres Preis- Leistungsverhältnis nicht finden. Zum Beispiel SEMrush, auch eines der meistbenutzten Tools weltweit, habe ich sogar früher genutzt, richtig gut, aber auch wenn du hier auch eben diese Content, die haben eben auch so ein Content-SEO-Tool ebenfalls integriert, aber da bist du dann auch bei Preisen von 29 Dollar pro Monat. Und genau das ist der Grund oder auch mitunter ein Grund, warum ich SE-Ranking wirklich so promote, auch auf diesem YouTube-Kanal, weil dieses SEO-Tool einfach das faireste und beste Preis-Leistungsverhältnis hat, das mir bekannt ist. Also ich kenne kein anderes Tool, natürlich gibt es auch noch günstigere SEO-Tools, aber die leisten nicht mal ansatzweise das, was du bei SE-Ranking bekommst. Bei SE-Ranking bekommst du tatsächlich ein SEO-Tool auf Augenhöhe, zum Beispiel von Sistrix, zum Beispiel von SEMrush, von Ahrefs, allerdings zu einem Bruchteil des Preises. Wie gesagt, Link inklusive einem speziellen Angebot, wo du es noch ein bisschen günstiger bekommst, findest du unter diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn ich dir einen Mehrwert geben konnte, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao! Musik